Automatischer Ekal Ab dem 31. März müssen neue Automodelle über den automatischen Notruf Ekal verfügen. Eine Nachrüstung schreibt der Gesetzgeber nicht vor, sie kann aber sinnvoll sein. Mit sogenannten Unfallmeldesteckern können Autofahrer ein Notrufsystem auch in Gebrauchtwagen nutzen. Rums, da hat es gekracht. Gut, wenn es beim Autounfall nur zu Blechschäden kommt und sich die Insassen selbst um Hilfe kümmern können. Doch bei schweren Unfällen ist das oft nicht mehr möglich. Daher müssen neue typgeprüfte Automodelle ab dem 31. März über das automatische Notrufsystem Ekal verfügen, das europaweit Mobilfunk- und Satellitenortung nutzt, um einen Notruf abzusetzen, erklärt der Autoclub Europa, es. Aktuelle Modelle, die ihre Typzulassung vor diesem Stichtag bekommen haben, müssen auch als Neuwagen den Ekal nicht an Bord haben. Ein vergleichbares Notrufsystem lässt sich aber nachrüsten. So bieten etwa Versicherungsunternehmen und andere Anbieter Unfallmeldestecker an. Sie nutzen in der Regel den Zigarettenanzünder oder teilweise die Opt-Schnittstelle des Fahrzeugdiagnose-Systems. Außerdem sind eine Verbindung mit dem Smartphone und eine entsprechende App notwendig. Das ist ein mehrstufiger Prozess, bei dem es bei der Koppelung zwischen Stecker und Handy auch mal Schwierigkeiten geben kann, sagt es Sprecherin Anjas Metanen. Kommt es zum Unfall, erkennen Beschleunigungssensoren im Stecker die Schwere der Kollision und melden den Unfall via Smartphone an eine Notrufzentrale, erklärt der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, GDV. Können mobile Daten nicht versendet werden, wird versucht, die Unfallmeldung mit den Positionsdaten per SMS zu senden. Diese Daten werden über Satellit geortet. Die Rettungskräfte werden automatisch alarmiert, wenn der Fahrer nicht auf eine telefonische Kontaktaufnahme reagiert, sagt Jochen Oesterle von der ADACC, die ebenfalls solche Stecker im Rahmen ihrer Autoversicherung anbietet. Bei einem leichten Unfall oder einer Panne könne man auch selbst mit Knopfdruck über die Abhilfe anfordern. In jedem Fall klären die Mitarbeiter der Notrufzentrale im Gespräch, ob medizinische Hilfe oder etwa nur die Panenhilfe erforderlich ist. Die Kosten für diesen Service variieren je nach teilnehmenden Versicherern und individuellen Tarif. Manche Versicherer bieten ihn entweder innerhalb eines bestehenden Tarifes an, oder die Kunden können den Service über einen Neutarif buchen. Oft sei das für einen niedrigen zweistelligen Betrag im Jahr möglich. Vorsicht, wenn diese Stecker in Kombination mit sogenannten Telematiktarifen angeboten werden, denn dabei werden dann auch Fahrdaten gesammelt, so Oesterle. Damit habe der reine Unfallmeldedienst nichts zu tun. Und nur wenn der Notruf ausgelöst wird, würden die entsprechenden Daten verschlüsselt übermittelt. Der S moniert allerdings, dass viele Anbieter sich bislang nur unzureichend für den genauen Umfang der Datenerhebung und ihrer Speicherung äußerten. Denn im Gegensatz zum reinen Ekal, wo die SIM-Karte im Auto nur bei einem Unfall oder manuell aktiviert wird, ist die Karte bei den Nachrisssteckern immer aktiv und kann Daten sammeln, sagt Smetanen. Der Autoclub begrüßt grundsätzlich sowohl Ekal als auch Nachrisslösung. Doch sollten sich die Autofahrer vorher gut informieren und die Angebote genau prüfen. Liebe Leserinnen und Leser, leider können wir Ihnen nicht unter allen Artikeln einen Kommentarbereich zur Verfügung stellen. Wir wollen alle Debatten auf t-online.de schnell und sorgfältig moderieren, und können deswegen aus der Vielzahl unserer Artikel nur einzelne Themen für Leserdebatten gezielt auswählen. Dabei ist uns wichtig, dass sich das Thema für eine konstruktive Debatte eignet und es keine thematischen Doppelungen in den Diskussionen gibt. Mehr dazu erfahren Sie in der Stellungnahme der Chefredaktion. Wir freuen uns auf angeregte und kontroverse Diskussionen. Eine Liste der aktuellen Leserdebatten finden Sie auf unserer Übersichtsseite. Gerne können Sie auch auf Facebook und Twitter zu unseren Artikeln diskutieren.